So, meine Damen und Herren, wir dürfen alle gemeinsam nach vorne laufen auf die weiße Linie und euch Stoff hinstellen. Ich beginne mit der Vorstellung der Gretchen. Mit der Stadt Nr. 14, Kulala Nikloketta vom Smash Fitness Park in Shondor. Mit der Stadt Nr. 15, Melanie Lute vom Evolution Fitness. Stadt Nr. 16, Dina Abo Elker vom Athletic Team Nemesis. Stadt Nr. 17, Jessica Müller, Messlermann vom Smash Fitness Park in Shondor. Stadt Nr. 18, Vanessa Kunos vom Smash Fitness Park in Shondor. Stadt Nr. 18, Paulina Dibiriasova vom BWBF Leistungszentrum. Stadt Nr. 22, Isabelle Grafen vom Smash Fitness Park in Shondor. Stadt Nr. 22, Isabelle Grafen vom Smash Fitness Park in Shondor. Ausmachen, Vanessa, ausmachen oben. Stadt Nr. 22, Isabelle Grafen vom Smash Fitness Park in Shondor. Stadt Nr. 22, Isabelle Grafen vom Smash Fitness Park in Shondor. Stadt Nr. 22, Isabelle Grafen vom Smash Fitness Park in Shondor. Stadt Nr. 22, Isabelle Grafen vom Smash Fitness Park in Shondor. Stadt Nr. 22, Isabelle Grafen vom Smash Fitness Park in Shondor. Stadt Nr. 22, Isabelle Grafen vom Smash Fitness Park in Shondor. Stadt Nr. 22, Isabelle Grafen vom Smash Fitness Park in Shondor. Stadt Nr. 22, Isabelle Grafen vom Smash Fitness Park in Shondor. Stadt Nr. 22, Isabelle Grafen vom Smash Fitness Park in Shondor. Stadt Nr. 22, Isabelle Grafen vom Smash Fitness Park in Shondor. Und nochmals eine Viertel-Drehung zur Frontansicht. Beine gerade, Arm runter. Dankeschön, meine Damen. Startnummer 14, 15, 16 und 17. Einen Schritt bitte nach vorne drehen. Die Damen im Hintergrund bitte hinter die Damen stellen. Ihr bitte nach links weiterlaufen. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. So, und die Damen im Hintergrund bitte stehen bleiben. Und ihr bitte nach hinten auf die weiße Linie. Nach hinten auf die weiße Linie. Und der Aktestand Nummer 14 bitte noch ein bisschen aufdrücken. Noch ein bisschen nach hinten. Und schön die Beine durch. Eine Viertel-Drehung nach rechts. Eine Viertel-Drehung zurück in Ansicht. Eine Viertel-Drehung nach rechts. Und zur Frontansicht. Eine Viertel-Drehung nach rechts. Startnummer 18, 19 und 22. Bitte die Lieder rechts von euch auf die weiße Linie. Auf die weiße Linie hinten in Hintergrund. Und ihr auch bitte gleichzeitig rechts, links von euch auf die weiße Linie in Hintergrund. Hinter euch. Wir kommen zum ersten Vergleich. Die Stadt Nummer 15. Die Stadt Nummer 15 bitte nach vorne treten. Jawohl. Die Stadt Nummer 17. Und die Stadt Nummer 18. Eine Viertel-Drehung nach rechts. Eine Viertel-Drehung zur Rückennansicht. Eine Viertel-Drehung nach rechts. Und zur Frontleinsicht. So, ich würde jetzt gerne die Strafnummer 22 noch dazu finden. Eine Viertel-Drehung nach rechts. Eine Viertel-Drehung nach rechts. Eine Viertel-Drehung zur Rückennansicht. Eine Viertel-Drehung nach rechts. Und zur Frontleinsicht. Eine Viertel-Drehung nach rechts. 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 Eine Viertel-Drehung zur Rückennansicht. Eine Viertel-Drehung nach rechts. 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 Vielen Dank.